So liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Spiel und zwar State of the Key. Es ist ein Zombie-Survival-Spiel, das mit einer Story belegt ist. Und ich freue mich schon, dieses Spiel zu spielen. Deswegen starten wir jetzt ein neues Spiel. Drücke E, um Türen zu öffnen und zu schließen. Verdammte Scheiße, Mann. Verdammte Scheiße. Oh, was geht denn hier schon ab? Oh, 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 hier geht es fast schon richtig ab. Aber, yeah, yeah, I'm fine. Well, we can't just stay out here in the open. That's for damn sure. Ranger Station? Ranger Station. Maybe we can find some help there. Oh, wir sollen uns... Begebtlich zum Forsthaus. Das ist wahrscheinlich so wie so sind unsere erste Aufgabe in diesem Spiel. Und hier sind gleich richtig mal ein paar Zombies. Und das ist schon richtig abgegangen. Hier hinten sind noch mehr Zombies. Jetzt hier dann eine Karte. Ja. Hier müssen wir hin. So wie es aussieht, ist das Forsthaus geradeaus nach oben. Können wir uns hier irgendwie rum? Hinüberschleichen oder so? So, einmal drauf hier. Wir schleichen uns jetzt hier mal durch den Wald. Oh, gibt es hier was zu holen? Oh, hier liegt ja schon eine Leiche. Das sieht gar nicht gut aus. Nee. Oh, da sind auch Zombies auf der rechten Seite. Hier ist eine Straße. Vorsicht. Oh, hier sieht es aber böse aus. Wir müssen hier rein, oder? Ist hier ein Zombie? Nee. Herr Kumpel. Also so wie es aussieht, waren wir hier irgendwie auf Wanderthor. und wir wurden irgendwie von den Zombies überrascht. Und jetzt sollen wir uns mal zum Forsthaus begehen. Oh, hier spricht jemand. Sind wir hier rein, oder? Wir müssen uns mal machen, was wir machen? Wir brauchen die Medikamente. Wir brauchen die Medikamente. Wir brauchen sie. Mann, kann jemand mir sagen, was da ist, was der Wanderthorst? Was da ist? Was da ist, ist es, dass es mehr hier liegen, als ich erwähnte. Wir müssen den Rest des Cabins für Survivors. Aber ich habe hier Menschen verhörteren, die ich hier verhörter. Okay. Wir sehen, was wir machen. Wir werden? Ich behebte. Okay, wir sollen uns also auf dem Wasserturm umschauen. Und hier können wir uns, glaube ich, irgendwie bedienen. Haben wir denn hier was drin? Was ist das hier? Hören wir mal mit. Medizin haben wir eigentlich ja genug. Ja, dann werden wir uns mal raus wieder begeben. Wir werden mal auf diesen Wasserturm gehen und werden uns mal hier in der Gegend umschauen. Ah, hier ist der Wasserturm. Da habe ich auch schon Zombie, oder? Den klopfen wir mal zusammen. Ah, zack. Kläre das Gebiet auf. So. Ich habe es aufgrund. Ich habe es aufgrund. Ich habe es aufgrund. So, jetzt haben wir uns gerade auf jeden Fall mal Schmerzmittel reingezogen Okay, hier, Fragezeichen, öffne Toilette Hier gibt's was, eine Hütte Hier gibt's Hier gibt's Hier gibt's Hier gibt's Dumb and Rats Oh, Mark Mark, Mark, okay Okay Kampenbrotzen 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 Also see, das sind wir hier in Lungen, denn ein Feriengebiet Feriengebiet Irgendwelche Schüsse Schüsse Ich weiß nicht, ob wir hier hin sollen Ja, jetzt gehen wir einfach mal da hin Schauen mal, was da los ist Oh, jetzt laufen wir hintereinander drin Oh, aah Naja, nichts passiert Also dann müssen wir in diese Richtung hier Jetzt können wir hier mal wieder Ausschau halten nach Zombies Oh, hier ist schon einer Hm, Moment Hau auf! Jawohl! Das war aber schnell Oh, hier ist ja Hört sich gar nicht gut ein Oh, hier ist ja Jetzt können wir hier mal vielleicht dort suchen, ob wir hier was finden In der In der In der In der Oh, hier Ja Ja So Also hochseck Kann man den aus... rüchten... Ja... So Stöhren gedrückt halten... So... Jetzt haben wir auf jeden Fall hier mal mehr Platz... Schon mal gut... Ich bin hier nicht in der Schüsse... Hier und da... Ja... Jupp... Das... Oh... Jo... Jupp... 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 Tsch... Von Oh... Wow... Jupp... ...und being lost in the woods, attacked by psychopaths, and watching two of my best friends die? Yeah, I'm Peachy. Sorry I asked. So, is it this bad everywhere? Man, I hope not. We got some survivors back at the ranger station that seem to know what's going on. But we didn't have time for orientation. Well then, let's get the hell back there. Yeah, I love the idea, but we got kind of volunteered to check a couple other places for survivors first. Just think of it as payback for the time you volunteered us for the running of the bulls in Pamplona. Okay then, you want to take point, or should I? Okay, we all saw then... Go back to the forest house. Then we go back to the forest house. Go back to the forest. Oh, there is a bad joke about acoloonial terrain. Right now in the west half, here, 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 there. Oh, there is now good to see. Irgendwie ich mir die Steuerung... Steuerung, Spieleinstaurung... Irgendwie ich mir die Steuerempfindlichkeit zu empfindlich. Das ist besser. So, zack! Toad! Hier geht's Pados. Ja, wir. Ja, inbound. Ein bisschen rennen. So. Ja, nein. Ja, das ist fast. Oh, das war aber. Ich hoffe nicht. Oh, das wollte ich lieber nicht machen, glaube ich, oder? Oh. Oh. Die Musik schreit. Oh. 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 Oh, das war knapp. Oh. 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 Dann sollen wir jetzt von hier, wahrscheinlich von diesem Ort hier in kommen. Aber, das würde ich sagen, das seht ihr in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, State of the Key. So, Btw. Vielen Dank.